Gut, jetzt passen wir da mal mit dem Ocken einmal. Da werden wir mit der Musik, glaube ich, etwas runter. Null Text. Null Sprache. Text und Sprache wären wir da. So, was haben wir da? Was haben wir denn da ist? Ein uralter Spiel ist das übrigens. Ja, wo man das gehört. I could make use of that. Hey. Was war das jetzt? Ein Metallstück. Mhm. Hauptplatine haben wir da. Also. Dieses Breche heißen stabil genug, um es aus dem Hebel anzusetzen. Hey. Okay, 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 okay. Uh. So. Darunter gehen wir jetzt Borsch. So. 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 Die Tür. So. 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 Und. So. So. Es sieht nicht aus, als ob es nie benutzt wird. Ein Freund hat zu mir gesagt, bitte spiel das einmal. Ist glaube ich ja 30 Jahre her, glaube ich. Das ist ja eigentlich abgesperchert. Ja, lang bauen wir da nicht. Da haben wir ja gar nicht die Stufen, glaube ich. Diese Stufen sehen nicht sicher für mich. Oh, was ist das? Anzeige, aber. Aha. Was ist das? Mhm. 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 Abfall. Mhm. 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 Ja. Da müssen wir irgendwas suchen, gell? Ja. 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 Ja, der Linacoll. Ja. Da muss her sein. Ja. 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 Na, ja. Irgendwas musste man da aufhören, und da weiß ich mir nicht mehr. Eine Roboterhülle. Oh-oh, das war glücklich. Oh-oh, das war glücklich. Wenn Joey hier war, dann weiß er, was zu tun. Die Musik ist schon ein bisschen laut. Ein bisschen ist schon laut. Da, mein... Irgendwas musste man damals, glaube ich, aufheben. Das war die Kaffee-Maschine, die verwegt da. Ja, ja, ist schon gut. Es ist eine Roboterhülle. Rusty, aber es könnte funktionieren. Hm. Whatever that was. Das war die Kaffee-Maschine. Das war die Kaffee-Maschine. Tür war es mit demramativen Kaffee-Maschine. Es gibt mit einer Kaffee-Maschine. Ich habe dann Säge-Maschine. Die Kaffee-Maschine und Kaffee-Maschine. Ich habe dann Säge-Maschine, die truthful Aus-Maschine aus. Und ich habe dann Säge-Maschine oder Kaffee-Maschine. Das war's ehrlich. In der Kameras ist kein Kaffee-Maschine. Also, die Kaffee-Maschine ist ein liebesometrox. Mhm. 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 Okay, ich meine, wenn der Blas ist. Mhm. Mhm. So. Ausgang. Da haben wir den Roboter. Da haben wir den Sporter. Was ist das eigentlich? Wo führt die Türe da eigentlich hin? Es ist lockt. No way out through there. Locked. Es sieht nicht aus, als wäre es meine Werte. Das Panel auf dem Boden sieht aus wie ein Elevator. Was ist das? Das ist die Bisse. Mhm. Mhm. Ja, das ist die Bisse. Ja, das ist die Bisse. Ja, das ist die Bisse. Das ist die Bisse. Was ist das? Warum? Warum? Ja. 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 Das. Ja. Warum was wo das Ding jetzt steht? Dieodorien. We've had it! Versteckt nie der Scheiß, ne? What is this place? It's not worth explaining, you're too thick. Dazu bist du zu blöd. Das war schon damals sarkastisch. Can you start that transport? Do yourself, Foster. I'm just a cleaning droid, remember? That little shell suits you, Joey. Get lost, Foster. It's awful. Find me a new one. I just love it. What tools does that shell have? None of any use, unless you're into housework. I've got an onboard buffing and polishing tool and an extendable probe. War schon damals sarkastisch. Dieses Spiel. Oh we. Forget it. Gut. Muss mir's, muss mir jetzt eigentlich. Äh, ja. There's no obvious reason why this droid isn't working. There doesn't appear to be anything wrong with it. Can you start that transport? Do yourself, Foster. I'm just a cleaning droid, remember? Okay, das funktioniert nicht. Das bleibt einmal leider Gottes Erfolg los. Wer ist der Mann da drüben? Andy. I'm just a cleaning door. He just mentioned he said that. Excuse me. What now! Wer trägt hier die Verantwortung? Jetzt sind sie mir. Ich weiß früher, bevor ich Link hatte. Warum führt der Notausgang irgendwo hin? Du warst da? Es ist nicht sicher. Ich konnte das sehen. Wenn du deine Leger brechen, kommst du nicht mit mir um Sympathie. Wo bin ich? Du bist in der Union-City-Recycling-Plante. Hast du Schrapp-Metal? Ich will nicht recycelt werden, Rob. Ich mag die Schrappe, wirklich. Wie kommt man am besten aus der Stadt raus? Was sollte die Sicherheit hier? Ich mache da mal... Was ist der beste Weg raus aus der Stadt? Du musst erst auf der Grund-Level kommen. Du bist am Topf des Eerie-Tower-Blockes. Kann ich nicht deinen Elevator benutzen? Nein, du kannst nicht. Es ist nicht für Menschen gebaut. Außerdem geht es nur nach der Furnace. Wie komme ich denn auf die Boden-Level? Wie komme ich denn auf die Boden-Level? Es ist ein Elevator auf der Weg. Natürlich, du kannst ihn jetzt nicht erreichen. Warum nicht? Weil Reichsbeine sind die Ausflug von der Plante. Warum funktioniert der Lift nicht? Warum funktioniert dein Elevator nicht? Es ist automatisch mit dem Transportrobot aktiviert. Was stimmt mit dem Transport nicht? Na, habe ich der. Das habe ich vor. Was ist falsch mit dem Transport? Es ist neu gebrochen. Wieder. Es ist wahrscheinlich die Doppler-Charge-Thingamajig. Aber ich habe jetzt nicht Zeit, es zu ermöglichen. Was hat die Sicherheit hier? Was wollte die Sicherheit hier? Nach einem Saboteur? Ich habe einen Hubschrauberfrag gesehen. Ich habe einen Hubschrauberfrag gesehen. Ja. Es scheint, dass es den Wegweg blockiert. Also wir sind in diesem Block. Was ist denn das hier? Was passiert hier? Es ist mein Werkzeug. Gibt es das? Ja, 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 ja. Aber einer. Ja, ja. Es ist sehr beeindruckend. Ein Symbol der dehumanisierten Gesellschaft. Der futile Struggle gegen Entropie. Symbol? Mein Bum! Das nur was das symbolisiert, ist 30 Jahre hartes Kraft. Woran arbeiten Sie? Was machen Sie? Es ist ein spezieller Job. Ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Ich mach da mal. Jetzt wirkt es ja weiter. Ich werde mit meiner Inspektion gehen. Du machst das, Junge. Wo hast du diesen Roboter bekommen? Ich habe ihn gebaut. Gibt es? Es ist schrecklich, Junge. Ja, ja, ja. Fürs erste Mal. Ja, ja. Ein bisschen Eiweißungsgeschichte. Und dann machen wir mal Schluss. Okay. Schaut euch auf. Schaut euch auf.